Hallo, ich bin Li und heute lesen wir einige der schönsten Nixenmärchen. Möchtest du keines unserer Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Die Nixe im Teich Es war einmal ein Müller, der führte mit seiner Frau ein vergnügtes Leben. Sie hatten Geld und Gut, und ihr Wohlstand nahm von Jahr zu Jahr noch zu. Aber Unglück kommt über Nacht. Wie ihr Reichtum gewachsen war, so schwand er von Jahr zu Jahr wieder hin, und zuletzt konnte der Müller kaum noch die Mühle, in die er saß, sein Eigentum nennen. Er war voll Kummer, und wenn er sich nach der Arbeit des Tages niederlegte, so fand er keine Ruhe, sondern wälzte sich voll Sorgen in seinem Bett. Eines Morgens stand er schon vor Tagesanbruch auf, ging hinaus ins freie Feld und dachte, es sollte ihm leichter ums Herz werden. Als er über den Mühldamm dahinschritt, brach eben der erste Sonnenstrahl hervor, und er hörte in dem Weiher etwas rauschen. Er wendete sich um, und erblickte ein schönes Weib, das sich langsam aus dem Wasser erhob. Ihre langen Haare, die sie über den Schultern mit ihren zarten Händen gefasst hatte, flossen an beiden Seiten herab und bedeckten ihren weißen Leib. Er sah wohl, dass es die Nixe des Teiches war, und wusste vor Furcht nicht, ob er davon gehen oder stehen bleiben sollte. Aber die Nixe ließ ihre sanfte Stimme hören, nannte ihn beim Namen und fragte, warum er so traurig wäre. Der Müller war anfangs verstummt. Als er sie aber so freundlich sprechen hörte, fasste er sich ein Herz und erzählte ihr, dass er sonst in Glück und Reichtum gelebt hätte, aber jetzt so arm wäre, dass er sich nicht zu raten wüsste. »Sei ruhig«, antwortete die Nixe, »ich will dich reicher und glücklicher machen, als du je gewesen bist. Nur musst du mir versprechen, dass du mir geben willst, was eben in deinem Hause jung geworden ist.« »Was kann das anders sein«, dachte der Müller, »als ein junger Hund oder ein junges Kätzchen« und sagte ihr zu, was sie verlangte. Die Nixe stieg wieder in das Wasser hinab, und er eilte getröstet und guten Mutes nach seiner Mühle. Noch hatte er sie nicht erreicht, da trat die Magd aus der Haustür und rief ihm zu, er sollte sich freuen, seine Frau hätte ihm einen kleinen Knaben geboren. Der Müller stand wie vom Blitz gerührt. Er sah wohl, dass die tückische Nixe das gewusst und ihn betrogen hatte. Mit gesenktem Haupt trat er zu dem Bette seiner Frau, und als sie ihn fragte, »Warum freust du dich nicht über den schönen Knaben?«, so erzählte er ihr, was ihm begegnet war, und was für ein Versprechen er der Nixe gegeben hatte. »Was hilft mir Glück und Reichtum«, fügte er hinzu, »wenn ich mein Kind verlieren soll. Aber was kann ich tun?« Auch die Verwandten, die herbeigekommen waren, Glück zu wünschen, wussten keinen Rat. Indessen kehrte das Glück in das Haus des Müllers wieder ein. Was er unternahm, gelang. Es war, als ob Kisten und Kasten sich von selbst füllten und das Geld im Schrank in der Nacht sich mehrte. Es dauerte nicht lange, so war sein Reichtum größer als je zuvor. Aber er konnte sich nicht ungestört darüber freuen, die Zusage, die er der Nixe getan hatte, quälte sein Herz. So oft er an dem Teich vorbeikam, fürchtete er, sie möchte auftauchen und ihn an seine Schuld mahnen. Den Knaben selbst ließ er nicht in die Nähe des Wassers. »Hüte dich«, sagte er zu ihm, »wenn du das Wasser berührst, so kommt deine Hand heraus, hasch dich und zieh dich hinab.« Doch als Jahr auf Jahr verging und die Nixe sich nicht wieder zeigte, so fing der Müller an, sich zu beruhigen. Der Knabe wuchs zum Jüngling heran und kam bei einem Jäger in die Leere. Als er ausgelernt hat und ein tüchtiger Jäger geworden war, nahm ihn der Herr des Dorfes in seine Dienste. In dem Dorf war ein schönes und treues Mädchen, das gefiel dem Jäger, und als sein Herr das bemerkte, schenkte er ihm ein kleines Haus. Die beiden hielten Hochzeit, lebten ruhig und glücklich und liebten sich von Herzen. Einstmals verfolgte der Jäger ein Reh. Als das Tier aus dem Wald in das freie Feld ausbog, setzte er ihm nach und streckte es endlich mit einem Schuss nieder. Er bemerkte nicht, dass er sich in der Nähe des gefährlichen Weihers befand und ging, nachdem er das Tier ausgeweidet hatte, zu dem Wasser, um seine blutbefleckten Hände zu waschen. Kaum hatte er sie hineingetaucht, als die Nixe emporstieg, lachend mit ihren nassen Armen ihn umschlang und so schnell hinabzog, dass die Wellen über ihn zusammenschlugen. Als es Abend war und der Jäger nicht nach Hause kam, so geriet seine Frau in Angst. Sie ging aus, ihn zu suchen, und da er oft erzählt hatte, dass er sich vor den Nachstellungen der Nixe in Acht nehmen müsste und sich nicht in die Nähe des Weihers wagen dürfte, so ahnte sie schon, was geschehen war. Sie eilte zu dem Wasser, und als sie am Ufer seine Jägertasche liegen fand, da konnte sie nicht länger an dem Unglück zweifeln. Wehklagend und händeringend rief sie ihren Liebsten mit Namen, aber vergeblich. Sie eilte hinüber auf die andere Seite des Weihers und rief ihn aufs Neue. Sie schallte die Nixe mit harten Worten, aber keine Antwort erfolgte. Der Spiegel des Wassers blieb ruhig, und nur das Halbgesicht des Mondes blickte unbewegt zu ihr herauf. Die arme Frau verließ den Teich nicht. Mit schnellen Schritten, ohne Rast und Ruhe, umkreiste sie ihn immer von Neuem, manchmal still, manchmal einen heftigen Schrei ausstoßend, manchmal in leisem Wimmern. Endlich waren ihre Kräfte zu Ende. Sie sank zur Erde nieder und fiel in einen tiefen Schlaf. Bald überkam sie einen Traum. Sie stieg zwischen großen Felsblöcken angstvoll aufwärts, Dornen und Ranken hakten sich an ihren Füßen, der Regen schlug ihr ins Gesicht, und der Wind zauste ihr langes Haar. Als sie die Anneöhe erreicht hatte, bot sich ein ganz anderer Anblick dar. Der Himmel war blau, die Luft mild, der Boden senkte sich sanft hinab, und auf einer grünen, bunt beblunkten Wiese stand eine reinliche Hütte. Sie ging darauf zu und öffnete die Tür. Da saß eine Alte mit weißen Haaren, die ihr freundlich winkte. In dem Augenblick erwachte die arme Frau. Der Tag war schon angebrochen, und sie entschloss sich gleich, dem Traum Folge zu leisten. Sie stieg mühsam den Berg hinauf, und es war alles so, wie sie es in der Nacht gesehen hatte. Die Alte empfing sie freundlich und zeigte ihr einen Stuhl, auf den sie sich setzen sollte. »Du musst ein Unglück erlebt haben,« sagte sie, »weil du meine einsame Hütte aufsuchst.« Die Frau erzählte ihr unter Tränen, was ihr begegnet war. »Ertröste dich,« sagte die Alte, »ich will dir helfen. Da hast du einen goldenen Kamm. Harre, bis der Vollmond aufgestiegen ist, dann gehe zu dem Weiher, setze dich am Rand nieder und strähle dein langes, schwarzes Haar mit diesem Kamm. Wenn du aber fertig bist, so lege ihn am Ufer nieder, und du wirst sehen, was geschieht.« Die Frau kehrte zurück, aber die Zeit bis zum Vollmond verstrich ihr langsam. Endlich erschien die leuchtende Scheibe am Himmel. Da ging sie hinaus an den Weiher und kämmte ihre langen, schwarzen Haare mit dem goldenen Kamm, und als sie fertig war, legte sie ihn an den Rand des Wassers nieder. Nicht lange so brauste es aus der Tiefe, eine Welle erhob sich, rollte an das Ufer und führte den Kamm mit sich fort. Es dauerte nicht länger, als der Kamm nötig hatte, auf den Grund zu sinken, so teilte sich der Wasserspiegel, und der Kopf des Jägers stieg in die Höhe. Er sprach nicht, schaute aber seine Frau mit traurigen Blicken an. In demselben Augenblick kam eine zweite Welle herangerauscht und bedeckte das Haupt des Mannes. Alles war verschwunden, der Weiher lag so ruhig wie zuvor, und nur das Gesicht des Vollmondes glänzte darauf. Trostlos kehrte die Frau zurück, doch der Traum zeigte ihr die Hütte der Alten. Abermals machte sie sich am nächsten Morgen auf den Weg und klagte der Waisenfrau ihr Leid. Die Alte gab ihr eine goldene Flöte und sprach, »Nahre, bis der Vollmond wiederkommt. Dann nimm diese Flöte, setze dich an das Ufer, blase ein schönes Lied darauf und, wenn du damit fertig bist, so lege sie auf den Sand. Du wirst sehen, was geschieht.« Die Frau tat, wie die Alte gesagt hatte. Kaum lag die Flöte auf dem Sand, so brauste es aus der Tiefe, eine Welle erhob sich, zog heran und führte die Flöte mit sich fort. Bald darauf teilte sich das Wasser und nicht bloß der Kopf, auch der Mann bis zur Hälfte des Leibes stieg hervor. Er breitete voll Verlang seine Arme nach ihr aus, aber eine zweite Welle rauschte heran, bedeckte ihn und zog ihn wieder hinab. »Ach, was hilft es mir,« sagte die Unglückliche, »dass ich meinen Liebsten nur erblicke, um ihn wieder zu verlieren.« Der Gram erfüllte aufs Neue ihr Herz, aber der Traum führte sie zum dritten Mal in das Haus der Alten. Sie machte sich auf den Weg, und die weise Frau gab ihr ein goldenes Spinnrad, tröstete sie und sprach, »Es ist noch nicht alles vollbracht. Harre, bis der Vollmond kommt. Dann nimm das Spinnrad, setze dich an das Ufer und spinn die Spule voll. Und wenn du fertig bist, so stelle das Spinnrad nah an das Wasser, und du wirst sehen, was geschieht.« Die Frau befolgte alles genau. Sobald der Vollmond sich zeigte, trug sie das goldene Spinnrad an das Ufer und spann emsig, bis der Flachs zu Ende und die Spule mit dem Faden ganz angefüllt war. Kaum aber stand das Rad am Ufer, so brauste es noch heftiger als sonst in der Tiefe des Wassers. Eine mächtige Welle eilte herbei und trug das Rad mit sich fort. Alsbald stieg mit einem Wasserstrahl der Kopf und der ganze Leib des Mannes in die Höhe. Schnell sprang er ans Ufer, fasste seine Frau an der Hand und entfloh. Aber kaum hatten sie sich eine kleine Strecke entfernt, so erhob sich mit entsetzlichem Brausen der ganze Weiher und strömte mit reißender Gewalt in das weite Feld hinein. Schon sahen die Fliehenden ihren Tod vor Augen, da rief die Frau in ihrer Angst die Hilfe der Alten an, und in dem Augenblick waren sie verwandelt. Sie in eine Kröte, er in einen Frosch. Die Flut, die sie erreicht hatte, konnte sie nicht töten, aber sie riss sie beide voneinander und führte sie weit weg. Als das Wasser sich verlaufen hatte und beide wieder den trockenen Boden berührten, so kam ihre menschliche Gestalt zurück. Aber keines wusste, wo das andere geblieben war. Sie befanden sich unter fremden Menschen, die ihre Heimat nicht kannten. Hohe Berge und tiefe Täler lagen zwischen ihnen. Um sich das Leben zu erhalten, mussten beide die Schafe hüten. Sie trieben lange Jahre ihre Herden durch Feld und Wald und waren voller Trauer und Sehnsucht. Als wieder einmal der Frühling aus der Erde hervorgebrochen war, zogen beide an einem Tag mit ihren Herden aus, und der Zufall wollte, dass sie einander entgegenzogen. Er blickte an einem fernen Bergesabhang eine Herde und trieb seine Schafe nach der Gegend hin. Sie kamen in einem Tal zusammen, aber sie erkannten sich nicht. Doch freuten sie sich, dass sie nicht mehr so einsam waren. Von nun an trieben sie jeden Tag ihre Herden nebeneinander. Sie sprachen nicht viel, aber sie fühlten sich getröstet. Eines Abends, als der Vollmond am Himmel schien und die Schafe schon ruhten, holte der Schäfer die Flöte aus seiner Tasche und blies ein schönes, aber trauriges Lied. Als er fertig war, bemerkte er, dass die Schäferin bitterlich weinte. »Warum weinst du?« fragte er. »Ach«, antwortete sie, »so schien auch der Vollmond, als sich zum letzten Mal dieses Lied auf der Flöte blies und das Haupt meines Liebsten aus dem Wasser hervorkam.« Er sah sie an, und es war ihm, als fiel eine Decke von den Augen. Er kannte seine liebste Frau, und als sie ihn anschaute und der Mond auf sein Gesicht schien, erkannte sie ihn auch. Sie umarmten und küßten sich, und ob sie glückselig waren, braucht keiner zu fragen. Die Prinzessin und die Nixe Es war einmal eine Königin, die wohnte in einem herrlichen Schloss inmitten eines großen, schönen Parkes. Darin ging sie jeden Tag zu ihrer Freude und Erholung eine Stunde spazieren. Am liebsten aber hielt sie sich an dem blauen See auf, der hinter dem Wald und Weidengebüsch versteckt lag. Vom klaren Seegrund herauf hatte die Nixe ihr schon manchmal heimlich zugesehen und die schöne Menschenfrau liebgewonnen. Und als nun die Königin eines Tages wieder am Ufer saß, tauchte die Wasserfrau auf, setzte sich zu ihr und unterhielt sich freundlich mit ihr. Sie trafen sich nun öfters an diesem Ort und wurden zuletzt so vertraut miteinander, dass die Nixe bat, sie möchte einmal Patin bei ihrem ersten Töchterchen werden. Die Königin nahm dieses Anerbieten dankbar an, und als sie nicht lange danach ein Mädchen gebar, lud sie die Nixe herzlich zum Taufest ein. Als der Tag da war und die Königin alles gerichtet hatte, ging die Tür auf und die Nixe trat herein. Ihr Gesicht war so weiß und rein wie das der Wasserlilie, und ein zarter, silbergrauer Schleier umhüllte ihre Gestalt. Sie hielt das Kind zur Taufe, legte ihm als Patengeschenk drei kleine Vogeleier in die Wiege und sprach, »Bewahrt sie immer gut auf, sie könnten dem Kind einmal nützlich werden.« Dann verschwand sie vor aller Augen wie ein leichter Nebelhauch. Die kleine Prinzessin war noch keine zwei Jahre alt, da starb die Mutter am bösen Fieber, und der König nahm bald darauf eine andere Frau. Die Stiefmutter aber konnte das Kind der Verstorbenen nicht leiden, bekümmerte sich nicht viel darum und überließ es Tag und Nacht einer Amme. Das Mädchen ging oft mit der kleinen Prinzessin im Park spazieren und ließ sie manchmal stundenlang ganz allein in der Nähe des Sees spielen. Da kam ihr jedes Mal die Nixe ans Ufer gestiegen, hütete sorgsam ihr Patenkind und erzählte ihm allerlei schöne und lustige Geschichten. Als die junge Königstochter herangewachsen war, geschah eines Tages ein schreckliches Unglück. Während ein Gewitter über das Land niederging, fuhr der Blitz in das Haus, tötete den König und legte das ganze Schloss in Schutt und Asche. Zum Glück hatte die Prinzessin die drei Vogeleier gerettet. Mit ihnen eilte sie nun in ihrer großen Not hinaus an den See, rief der Patin und erzählte ihr von dem Unglück, das geschehen war. Aber die Nixe tröstete sie. Solange du die drei Vogeleier verwahrst, bist du immer noch reich genug. Sie bergen drei Wünsche, die dir, sobald du sie aussprichst, in Erfüllung gehen. Doch verschwende sie nicht leichtfertig, sondern bewahr dir den letzten für den Notfall auf. Die Prinzessin bedankte sich herzlich bei der guten Patin und versprach, ihren Rat wohl zu beachten. »Und nun gehe durch diesen Wald«, sprach die Nixe, »du wirst bald zu einem schönen Schlosse kommen. Da geh hinein und verdinge dich als Markt. Es wird dein Schaden nicht sein.« Nun wanderte die Königstochter Mutterseelen allein in den großen dunklen Wald. Einen Tag lang war sie schon unterwegs, da begegnete sie einem einfachen Bauernmädchen. Und weil sie in Sorge war, dass man sie im Schlosse an ihren vornehmen Kleidern erkennen könnte und darum nicht zur Markt nehmen würde, fragte sie das Mädchen, ob es nicht Lust habe, seine Bauernkleider gegen die ihrigen einzutauschen. »Ei, warum nicht, liebes Fräulein?«, antwortete das Bauernmädchen und tauschte ihr graues Werktagskleid gegen das schöne, seidene Gewand der Königstochter. »Nun wird mich niemand erkennen«, dachte die Prinzessin bei sich und wanderte weiter durch den großen Wald, bis sie endlich zu dem Schlosse kam, dem sie schon von außen ansah, dass darin ein König wohnen musste. Sie trat ein und fragte, ob man keine Markt brauche. »Na ja, man könne schon eine brauchen«, hieß es. »Weil sie aber gar zu jung und zart aussah, wollte man sie erst nicht nehmen.« Sie aber gab nicht nach, verlangte nur geringen Lohn und versprach, alle Arbeiten in Haus und Hof zu tun. Da durfte sie endlich bleiben und musste mit ihren feinen weißen Händen die härteste Arbeit verrichten, so dass sie davon bald ganz rau und sonnengebräunt wurden. Aber sie schaffte willig und fleißig und war stets freundlich gegen jedermann. Und so hatte sie's auch gut im Schloss, und ehe sie sich's recht versah, waren sieben Jahre dahin gegangen. Da gedachte der junge Sohn des Königs, sich zu verheiraten, und um sich die schönste Frau aussuchen zu können, veranstaltete er ein großes Fest, zu dem alle adeligen und vornehmen Töchter des Landes eingeladen wurden. Wie nun die Gäste nacheinander in prächtigen Kleidern im Schlosse eintrafen, dachte die Prinzessin, die in der Küche drunten ihre geringen Marktdienste tat, »ach, es wäre doch schön, wenn ich auch in dem herrlich geschmückten Saal beim Tanze sein könnte.« Traurig saß sie in der Ecke neben dem Herde und sann vor sich hin. Da fielen ihr plötzlich die drei Wunscheier ein, und weil sie ihrem Verlangen gar nicht widerstehen konnte, schlich sie heimlich in ihre Kammer hinauf, wusch und kämmte sich, und wünschte dann ein silbernes Kleid mit allem Schmuck, der dazugehörte. Im Augenblick lag alles auf dem Stuhle und war schöner, als sie es sich je hätte träumen lassen. Fröhlich zog sie es an, beschaute sich erst noch einmal im Spiegel und eilte dann in den Saal. Das schöne, unbekannte Fräulein gefiel dem Königssohn so gut, dass er sich den ganzen Abend am liebsten mit ihr unterhielt und auch am meisten mit ihr tanzte. Während er aber wieder einmal eines der adeligen Fräulein zum Tanze führte, schlich sie heimlich aus dem Saal und in ihre Schlafkammer. Dort versteckte sie das prächtige Kleid unter dem Bett, zog wie die ihr schlichtes graues Kleid an und tat ihre Arbeit wie zuvor. Nach vier Wochen gab der Königssohn wiederum ein Fest, und wie die Mägde einander erzählten, wollte er sich an diesem Abend seine zukünftige Frau aussuchen. Als es dunkel wurde, eilte die Prinzessin in ihre Kammer und tat den zweiten Wunsch. Diesmal wünschte sie sich ein Kleid aus Gold, goldene Schuhe und einen Schmuck aus den allerkostbarsten Diamanten. Im Augenblick lag alles auf dem Stuhle. Sie zog es an und trat in den festlich beleuchteten Saal. Da staunten die Damen und Herren noch viel mehr als das erste Mal über das wunderschöne fremde Fräulein. Am meisten aber der junge Königssohn selber. Der wich den ganzen Abend nicht mehr von ihrer Seite und gestand ihr am Ende, dass er sie lieber habe als alles auf der Welt. Und wenn auch sie ihn liebhaben könne, so wolle er heute noch mit ihr Verlobung feiern. Sie aber antwortete, das wäre alles recht und gut, doch sie fürchte, dass ihn sein Wort geräuen werde, wenn er erfahre, wer sie sei. Nein, und tausendmal nein, sprach der Prinz, mögest du auch sein, wer du willst. Ich habe niemand so lieb wie dich und kann ohne dich nicht mehr leben. Da sagte sie endlich ja und dankte ihm mit einem Kuss für den Ring, der ihr zum Zeichen des Verlöbnisses an den Finger steckte. Weil er sie aber so sehr liebte, wollte er sie so bald wie möglich für immer bei sich haben, und er sprach, »In vier Wochen soll die Hochzeit sein. Da werde ich dich mit vier schneeweißen Schimmeln in meiner goldenen Kutsche abholen. Darum sage mir, wo du wohnst und wie deines Vaters Burg heißt.« »Ach«, sagte sie, »lass mich so wie bisher unerkannt und zu Fuß aufs Schloss kommen. Wenn wir uns dann zum dritten Male wiedersehen, sollst du alles erfahren.« Dann verließ sie den Saal, ging heimlich in ihre Zimmer, bewahrte das kostbare Gewandgut auf und zog wieder ihr einfaches Küchenkleid an. Wie im Fluge gingen die Wochen vorbei, und ehe die Prinzessin es recht bedacht, war der Hochzeitstag da. Sie hätte sich eigentlich von Herzen darüber freuen müssen, doch im Gegenteil. Sie wurde traurig und verzagt, denn ihr fiel mit einem Mal ein, dass sie das dritte und letzte Wünschlein brauchte, wenn sie in einem weißen Kleide, so wie es Sitte war, zum Hochzeitsfest erscheinen wollte. Was sie aber ihrer Patin, der guten Nixe, beim Abschied versprochen, das wollte sie halten. Der letzte Wunsch sollte aufbewahrt bleiben für den Fall der höchsten Not, aus der es keine andere Rettung mehr gab. So legte sie also das Wunschei in das silberne Döschen zurück und blieb als schlichte Magd in der Küche, obgleich sie als Königsbraut im Saale hätte prunken können. Dort aber stand der Bräutigam und wartete und wartete Stunde um Stunde und wurde immer trauriger und unglücklicher, weil seine liebe Braut nicht kam. Und als die ganze Nacht und auch noch der andere Tag und der übernächste vorüberging, ohne dass sie erschienen war, dachte der Königssohn, seine Braut sei gestorben und auf immer von ihm gegangen. Da wurde er krank aus Kummer und Herzensnot, lag in schwerem Fieber und kein Arzt konnte ihm helfen. Davon hörte auch die Prinzessin in der Küche. Jetzt machte sie sich bittere Vorwürfe, dass sie den letzten Wunsch zurückbehalten hatte und nicht zur Hochzeit erschienen war. Nun lag der arme Prinz zum Tode krank da nieder, und sie allein trug die Schulter ran. Und sie liebte ihn doch so sehr. Tag und Nacht dachte sie nur an ihn, weinte und sah darüber nach, wie sie ihm helfen, um sich ihm zu erkennen geben könnte. Da fiel ihr das aufbewahrte letzte Wunschei ein, und zugleich war sie wieder froh und voll Glück und Zuversicht. Sie nahm es behutsam aus dem Döschen und sprach, »Ich möchte dem Königssohn meinem Liebsten helfen.« Dann bereitete sie eine schmackhafte Suppe, goss sie in eine silberne Schüssel und warf ihren Brautring hinein. Ungesehen stieg sie die Treppe empor, klopfte an die Türe zum Krankenzimmer und trat leise ein. »Was bringst du mir da?« fragte mit matter Stimme der Königssohn. »Ess diese Suppe, lieber Prinz, sie wird euch guttun«, sagte sie liebevoll. Und obwohl er zuerst müde und abweisend den Kopf schüttelte, versuchte er sie zuletzt doch. Erst einen Löffel voll und dann noch einen, und allmählich schmeckte ihm die Suppe so gut, dass er die Schüssel ganz ausaß. Da sah er auf dem Grunde den Ring liegen, den er einst seiner Braut geschenkt hatte. »Wo ist sie, die den Ring in diese Schüssel warf? Gehe, Mädchen, und suche sie und führe sie eilends zu mir. Ich will es dir reichlich belohnen.« Froh eilte die Prinzessin in ihre Kammer, legte das goldene Kleid und den kostbaren Schmuck an und trat so vor das Bett des Kranken. Da erkannte der Prinz seine Braut, umarmte und küßte sie und fühlte sich im Augenblick gesund. Die Braut aber sprach und spielte dabei ein wenig die Erzirnte. »Hast mich beim Tanze damals so oft und lange angesehen und mich doch nicht erkannt und geliebt, als ich im schlichten Marktkleide vor dir stand. Habe ich nicht recht gehabt, als ich dir sagte, du würdest mich nicht zur Frau nehmen, wenn du wüsstest, wer ich sei? Soll eine Königstochter nicht auch einmal im Grauen Kleide gehen und Marktdienste tun?« Da schloss sie ihr den Mund mit einem Kusse und bat sie tausendmal um Verzeihung. Und noch sieben Tagen hielten sie Hochzeit und waren ihr Leben lang das glücklichste Königspaar, von dem uns seit uralten Zeiten das Märchen zu erzählen weiß. Die Nixe im Mansfelder See Nicht weit vom Mansfelder Süßensee liegt ein Dorf, doch wie es heißt, weiß ich nicht. Da war alle Sonntage Musik und Tanz und alle Burschen und Mädchen der Umgegend fanden sich dazu ein. Die Mädchen waren alle schön, aber eine war so schön, dass man sie sein Leben lang nicht mehr vergessen konnte, wenn man sie einmal gesehen hatte. Doch wer sie war und woher sie kam, wusste niemand. Einem jungen Schäfer gefiel sie so wohl, dass er mit keiner anderen mehr tanzen wollte, und als sie einst wegging, schlich er ihr nach und bat sie ihm zu erlauben, dass er sie nach Hause begleite. Ja, sagte sie, das kannst du tun, du musst mir aber versprechen, nicht auf dem halben Wege umzukehren, sondern ganz mitzukommen. Das versprach er gern, und sie fasste ihn bei der Hand und führte ihn nach einer Gegend hin, wo gar kein Dorf lag, so dass er bald ängstlich fragte, ob sie auch den Weg kenne. Sie müssten sich wohl verirrt haben. Nein, nein, sagte sie, komm nur mit und fürchte dich nicht. Ich werde dir schon den rechten Weg zeigen. Sie gingen immer weiter und kamen endlich an den See, wo das Mädchen von den Weiden, die da am Ufer stehen, eine Gärte abbrach und damit dreimal auf das Wasser schlug. Und siehe da, das Wasser tat sich auf, und eine hübsche, breite Treppe wurde sichtbar, die zum Grunde des Sees führte. Der Schäfer blieb wohl einen Augenblick verwundert stehen, doch da ihn das Mädchen immer noch bei der Hand hielt und freundlich zu ihm sprach, »Nun komm, nur komm!«, so stieg er von ihr geführt die Stufen hinunter. Und sie kam in einem allerliebsten Dörfer an, wo die Mutter des Mädchens in einem kleinen, niedlichen Häuschen wohnte. »Ei!« rief die Alte, als sie eintraten ihrer Tochter entgegen, »du bringst dir wohl gar einen Schatz mit. Nun, wir wollen sehen, wie es ihm bei uns gefällt. Die von dort oben können immer nicht viel arbeiten und wollen gleich wieder hinauf, doch es kommt auf einen Versuch an. Den anderen Tag ging die Alte in die Kirche, denn natürlich war auch eine Kirche im Dorfe. Und ehe sie ging, schüttete sie ein Scheffelrübsen in einen großen Haufen Asche und sagte zu dem Schäfer, »Da, suche die Kaner heraus. Wenn ich wiederkomme, musst du fertig sein.« Der Schäfer blieb traurig vor dem Aschenhaufen stehen und wagte gar nicht, ihn anzurühren. Doch das schöne Mädchen sprang herbei und rief, »Wart, ich will dir helfen!« Und sie öffnete einen Taubenschlag, aus dem ein ganzer Schwarm Tauben flog, die über die Körner herfielen und sie in kurzer Zeit alle wieder in den Schäffel gelesen hatten. Die Alte kam zurück und erstaunte und freute sich über die wohlgelungene Arbeit. Als sie nun wieder ausging, gab sie dem Schäfer ein Sieb und hieß ihn, einen Teich damit ausschöpfen. Doch mit Hilfe seiner Geliebten gelang ihm auch dies und auch die dritte Arbeit, welche ihm die Alte auferlegte und welche darin bestand, dass er an einem Vormittage einen großen Wald fällen, das Holz klein hacken und in Wellen binden musste. Da er diese Proben alle drei so glücklich bestanden hatte, erlaubte die Alte ihrer Tochter, ihn zu heiraten. Und sie hielten eine fröhliche Hochzeit, zu der viele Nixe und Nixen eingeladen wurden. Zwei Jahre lebten sie glücklich und zufrieden miteinander, und sie hatten auch einen wunderniedlichen kleinen Sohn bekommen. Da wurde der Schäfer plötzlich von Sehnsucht nach seiner Heimat ergriffen, und er bat seine Frau, sie möchte ihm doch erlauben, einmal seine Eltern und Geschwister zu besuchen. Das darfst du wohl, sagte sie, wenn du mir versprichst, wieder mit herabzukommen, will ich selbst mitgehen und dich in dein Dorf führen. Sie nahm ihr Kind auf den Arm und ging mit dem Schäfer die Stufen hinauf. Und sie besuchten seine Eltern und alle Bekannte und blieben drei Tage im Dorf. Dann sprach die Frau, nun müssen wir umkehren, sonst kannst du dich von diesem Leben nicht mehr trennen. Er nahm wehmütig Abschied und folgte ihr bis zum See. Doch als sich das Wasser auftat, graute es ihm, und er konnte sich nicht entschließen, wieder hinunterzugehen, und bat seine Frau, oben bei ihm zu bleiben. »Wir helfen meinen Eltern den Acker bauen,« sagte er, »und wenn wir auch nicht so gut leben wie dort unten, so sehen wir doch den blauen Himmel und die liebe Sonne über uns.« Doch sie schüttelte traurig mit dem Kopfe und erinnerte ihn an die Liebe und Treue, die er ihr gelobt hatte. »Und wenn du nicht mitkommst,« sprach sie, »so müssen wir das Kind teilen, denn es gehört uns beiden. Sieh, wie es lacht!« Damit hielt sie ihm das Kind hin, und es streckte die kleinen Arme freundlich nach ihm aus. Da weinte der Schäfer von Herzen und bat die Nixe, den Knaben allein zu behalten. Er versprach sie täglich am See zu besuchen. Doch mit hinabkommen könne er nicht, lieber wolle er selbst sterben. »Wenn du oben bleibst,« sagte die Nixe, »so müssen wir uns auf ewig trennen, und ich darf von dem Kinde nicht mehr behalten, als mir gehört.« Da küßte sie ihn noch zum Abschied, und sie teilte das Kind und hieß ihn wählen, welches Stück er wolle. Er nahm die untere Hälfte, und sie warf die obere in den See, wo alsbald ein munterer Fisch daraus wurde, der fröhlich fortruderte. Und als der Schäfer ihm noch nachsah, war die Nixe schon die Stufen hinabgestiegen, und das Wasser schlug sich über ihr zusammen. Da grub er die andere Hälfte des Kindes am Ufer ein. Und an der Stelle wuchs eine Lilie, die neigte sich über das Wasser, und man sah oft wie der Fisch in der Dämmerung bei der Lilie auf- und niederschwamm. Die Wassernixe Ein Brüderchen und ein Schwesterchen spielten an einem Brunnen, und wie sie so spielten, plumpsten sie beide hinein. Da war unten eine Wassernixe, die sprach, »Jetzt hab ich euch, jetzt sollt ihr mir brav arbeiten«, und führte sie mit sich fort. Dem Mädchen gab sie einen verwirrten, garstigen Flachs zu spinnen, und es musste Wasser in ein hohles Fass schleppen. Der Junge aber sollte einen Baum mit einer stumpfen Axt hauen, und nichts zu essen bekamen sie als steinharte Klöße. Da wurden sie zuletzt so ungeduldig, dass sie warteten, bis eines Sonntags die Nixe in der Kirche war. Da entflogen sie, und als die Kirche vorbei war, da sah die Nixe, dass die Vögel ausgeflogen waren, und setzte ihn mit großen Sprüngen nach. Die Kinder erblickten sie aber von Weitem, das Mädchen warf eine Bürste hinter sich, das gab einen großen Bürstenberg mit tausend und tausend Stacheln, über den die Nixe mit großer Mühe klettern musste. Endlich aber kam sie doch hinüber. Wie das die Kinder sahen, warf der Knabe einen Kamm hinter sich, und das gab einen großen Kammberg mit tausendmal tausend Zinken, aber die Nixe wußte sich daran festzuhalten und kam zuletzt doch darüber. Da warf das Mädchen einen Spiegel hinterwärts, welches einen Spiegelberg gab, der war so glatt, so glatt, dass sie unmöglich darüber konnte. Da dachte sie, ich will geschwind nach Hause gehen und meine Axt holen und den Spiegelberg in zwei hauen. Bis sie aber wiederkam und das Glas aufgehauen hatte, waren die Kinder längst weit entflohen, und die Wassernixe mußte sich wieder in ihren Brunnen trollen. Mummelchen Es war einmal eine schöne kleine Nixe, die hieß Mummelchen, und lebte im Mummelteich. Mummelchen fühlte sich immer so sehr einsam im Mummelteich, denn der Mummelteich war recht sumpfig, und alle, die darin herumkrabbelten, waren sehr versumpft und scheuten sich beinahe schon vor dem klaren Wasser. Sonst waren ja auch ganz nette Leute darunter, zum Beispiel die Froschvettern, die abends so schön sangen und auch stets von ausgesuchter Höflichkeit waren. Die Unken waren dicke alte Tanten, die es gut meinten, aber immer, wenn sie Mummelchen sahen, so unkten sie sie an und rieten ihr, doch endlich auch einen richtigen, anständigen Kraken zu heiraten und mit ihm ins Wasser hinaus zu schwimmen, so wie ihre Schwestern es getan hatten. Das war so langweilig, denn wenn auch Mummelchens Schwestern alle so richtige und anständige Kraken geheiratet hatten, Mummelchen selbst hatte gar keine Lust dazu. Sie sehnte sich nach etwas ganz anderem, nur wusste sie selbst nicht recht, wonach sie sich eigentlich sehnte. Und niemand im ganzen Sumpf wusste es, weder die Froschvettern noch die Unketanten und nicht einmal die Seerosen, die immer träumten und mit offenen Kelchen das silberne Mondlicht tranken. Aber eines Nachts, als Mummelchen mitten unter den Seerosen saß, da schienen die Sterne am Himmel so klar und spiegelten sich im Mummelteich, dass es aussah, als wäre die ganze gestirnte Nacht in den See versunken. Denn die Sterne scheinen in jedem Sumpf, und es ist nicht ihre Schuld, wenn es die Unken nicht merken. Mummelchen aber hatte Augen, die die Sterne sehen, und wie sie die vielen Sterne sah, da wusste sie mit einem Male, wonach sie sich immer gesehnt hatte. Sie wollte eine Seele haben, darin sich auch die ewigen Sterne spiegeln konnten. Was eine Seele war, wusste sie freilich noch nicht genau zu sagen, aber das hätte sie ja auch erst gekonnt, wenn sie eine gefunden hätte. Sie sagte sich auch, dass es gewiss sehr schwer sein würde, eine Seele zu finden, aber versuchen wollte sie es jedenfalls. Wenn sie nur jemand nach dem Weg zu einer Seele hätte fragen können. Sie war ja eine so unerfahrene junge Nixe und wusste gar nicht Bescheid mit solchen Dingen. Aber die Froschvettern hätten ihr nur Höflichkeiten gesagt, und die Unkentanten hätten ihr wieder geraten, endlich einen anständigen Kraken zu heiraten. Da beschloss Mummelchen, den alten Quabbelonkel zu fragen, denn er war die älteste und klügste Person im ganzen Sumpf, und wenn der es nicht wusste, ja, dann konnte es gewiss niemand wissen. So stieg der Mummelchen in den tiefsten Sumpf hinab, und da saß der Quabbelonkel und das Miesmuscheln. Der Quabbelonkel war so eine Art Gallertkugel mit Froschbein und Krötenärmchen. Sein ganzer Körper war mit Miesmuscheln bedeckt, die auf ihm wuchsen, um die er sich absuchte und verspeiste. So hatte er seine Nahrung immer bei sich. Er hatte ganz kleine, gestickte Äuglein im Quabbelkopf, aber dafür war sein Mund so ungeheuer groß, dass er mit der Mitte seines Mundes sprechen, in der einen Ecke eine Miesmuschel hineinstecken und aus der anderen Ecke die Schalen wieder ausspucken konnte. Und das konnte er alles gleichzeitig. »Onkel Quabbel«, sagte Mummelchen, »ich möchte dich gerne etwas fragen.« »Ich weiß schon«, sagte der Quabbelonkel, »du hast wieder Sehnsucht und weißt nicht, wonach. Aber mir ist es nun eingefallen, wonach du dich immer sehnst. Du sehnst dich nach mir, mein liebes Mummelchen.« Und der Quabbelonkel lachte, dass sein ganzer Gallert ins Schwanken geriet und die Miesmuscheln an seinen Beinen klapperten. »Nein«, sagte Mummelchen, »nach dir sehne ich mich nicht. Dich habe ich ja auch immer da und brauche dazu nur in den tiefen Sumpf hinunter zu steigen. Aber ich weiß jetzt, wonach ich mich sehne.« »So«, sagte der Quabbelonkel, »dann setze dich auf meinen Schoß und erzähle es mir.« »Auf deinen Schoß kann ich mich nicht setzen, Onkel Quabbel«, sagte Mummelchen, »du hast ja gar keinen Schoß, weil dein Bauch so groß geworden ist.« »Ja, das ist wahr«, sagte der Quabbelonkel und sah auf seinen Gallertbauch, »ich mache mir zu wenig Bewegung. Aber wenn ich mir Bewegung mache, dann wachsen mir die Miesmuscheln nicht mehr am Leibe, und das ist so sehr bequem. »Du könntest aber auch mal Kribbelkrabbel auf meinen Bauch machen, das habe ich sehr gern, und dann bekommen mir die Miesmuscheln noch besser.« Mummelchen schüttelte den Kopf, sie hatte keine Lust dazu. Der Onkel war so scheußlich glitschig. »Nein, Onkel Quabbel«, sagte sie, »ich habe keine Zeit, Kribbelkrabbel auf deinem Bauch zu machen. Du kannst die Unkentanten darum bitten. Ich muss fort von hier, denn ich muss gehen, mir eine Seele suchen.« »Liebes Kind«, sagte der Quabbelonkel, »bleibe lieber hier und iss Miesmuscheln. Ich will dir die fette Muschel schenken, die auf meinem linken großen Zeh sitzt.« »Nein, danke dir«, sagte Mummelchen, »iss sie nur allein auf, und guten Appetit. Sage mir lieber, was ich tun muss, wenn ich eine Seele suchen will.« »Ja, Kindchen«, sagte der Quabbelonkel, »ich denke mir, wenn jemand was suchen will, wird er sich bewegen müssen. Du musst wandern, aber ich täte es nicht, es wird ihr nicht bekommen.« »Ich will wandern gehen«, sagte Mummelchen, »denn ich sehne mich zu sehr nach einer Seele. Aber wohin muss ich wandern, um eine Seele zu suchen?« »Ja, Kindchen«, sagte der Quabbelonkel, »ich denke mir, du wirst wohl aus dem Sumpf heraus müssen. Wohin du dann gehst, das weiß ich auch nicht. Ich bin noch nie aus meinem Sumpf herausgekommen.« Die Sterne riefen mich, »ich will den Sternen nachgehen«, sagte Mummelchen und stieg langsam zum Spiegel des Mummelsees hinauf. »Es kann dir nicht bekommen, Kindchen«, rief der Quabbelonkel und streckte beschwörend den linken großen Zeh mit der fetten Miesmuschel aus. Aber es war zu spät. Mummelchen war ans Ufer geschwommen und wanderte durch Ried und Heide den Sternen nach. Aber je weiter sie wanderte, umso ferner rückten die Sterne, und es schien ihr, dass der Weg nach den Sternen ein sehr weiter und beschwerlicher Weg sein müsse. Und als sie müde wurde von dem weiten Weg, da wurde die Nacht dunkel und die Sterne erloschen. Das geht einem jeden so, der den Sternen nachgeht. Mummelchen war sehr erschrocken, als sie sah, dass die Sterne erloschen und es dunkel und weglos um sie herum wurde. »Aber wenn die Sterne vom Himmel fort sind«, dachte sie, »so sind sie sicherlich auf die Erde heruntergefallen und spielen dort verstecken. Ich werde ins Dunkel hineingehen, bis irgendwo ein Lichtlein aufloht. »Dem will ich denn nachwandern, und das wird sicher ein Stern sein, denn es ist doch viel zu schwer für einen Stern, sich auf der Erde zu verstecken, dass man gar nichts mehr davon sieht.« Mummelchen wusste eben nicht, dass nicht immer ein Stern vom Himmel fällt. Und sie wusste auch nicht, dass ein Stern sich gar nicht zu verstecken braucht, wenn er mal vom Himmel auf die Erde gefallen ist. Es sieht ihn auch so niemand, und alle Leute gehen daran vorüber, selbst wenn es ein noch so leuchtender, klarer Stern ist und wenn er auch mitten auf der Gasse liegt. Es sind die Alltagsgedanken der Menschen, die ihr graues Bart hoch drüber decken, und darunter sind schon manche Sterne erloschen. Mummelchen hätte ja vielleicht den Stern bemerkt, weil sie kein Mensch war, aber es fiel nun mal keiner vom Himmel. Die Sterne fallen nur, wenn sie selbst wollen, und das kann ihnen niemand verdenken. So wanderte Mummelchen weiter durchs sternlose Dunkel, und ihre Füße wurden so müde und wund, wie die Füße aller werden, die den Sternen nachgehen. Da endlich lote ein Lichtlein auf einem hohen Berge auf, und als Mummelchen näher kam, da sah sie, dass das Licht in einem großen Schloss war, das Mauern und Türme und Erke hatte, und in dem es eine Menge Prunkzimmer geben musste, denn es blitzte aus allen Fenstern heraus, von Gold und Edelstein. Oh, das muss eine ganze Sternenversammlung sein, dochte Mummelchen und ging gerade in das Schloss hinein. Im Schloss waren ein König und eine Königin und eine ganze Menge Lakaien und Zofen, die nur für den König und die Königin da waren. Die Lakaien des Königs waren die Würdenträger des Reiches, und die Zofen der Königin waren die Frauen der Lakaien und hießen Hofdam. »Es ist mehr bunt als schön, und eine Sternenversammlung ist es nicht, wie ich hoffte«, dachte Mummelchen. »Aber eine Seele muss ich sicher hier finden, wo so viele vornehme Menschen sind. Ich werde warten, bis die Leute näher kommen, dann will ich sie nach einer Seele fragen.« Und Mummelchen setzte sich, da sie so müde geworden war, auf ein Ruhebett im Königssaal, um zu warten, bis die ganze Hofgesellschaft näher kommen würde. Als die vielen Lakaien-Mummelchen sahen, machten sie sehr entsetzte Gesichter, aber sie sagten nichts, denn sie waren Lakaien und durften nur sprechen, wenn sie gefragt wurden. Die Königin aber, die keine Märchenkönigin, sondern eine Menschenkönigin war, ging auf Mummelchen zu und fragte sie, wer sie sei, und ob sie am Ende Hofdame werden wolle. Denn die Königin war eine sehr praktische Frau, und sie hatte gleich gesehen, dass Mummelchen sehr schön war. »Nötig ist das nicht«, sagte die Königin, und war sehr unangenehm berührt von einem so wenig hoffähigen Wunsche. »Dann möchte ich lieber keine Hofdame werden«, sagte Mummelchen, »denn ich bin eine Nixe, und ich suche eine Seele.« »Pfui, wie scheußlich«, sagte die Königin, »eine Nixe hat ja nasse Kleider, und damit setzt sich die Person auf mein königliches Kanapé.« »Scheußlich«, riefen alle Lakaien und Hofdamen. Mummelchen aber ging traurig aus dem Schloss hinaus, und sie wusste nun, dass hier eine Seele nicht zu finden war. So wanderte Mummelchen weiter, bis sie wieder ein Lichtschimmern sah aus einem großen Hause mit dicken Mauern und festen Gewölben. Das Licht war sonderbar gelb und fahl und sah nicht aus, als ob es ein Stern wäre. In dem Hause lebte ein reicher Mann und zählte seine Schätze. »Ich möchte gern eine Seele haben«, sagte Mummelchen. »Eine Seele?«, sagte der reiche Mann. »Ja, ich kann dir meine Seele geben, die regt sich immer mal dazwischen, also wird sie wohl noch da sein. Nur sehr viel Geld musst du mir dafür geben.« »Geld hat der Quabbelonkel im Mummelteich genug und über genug«, sagte Mummelchen, »aber solch eine Seele wie du möchte ich nicht haben. Lieber habe ich gar keine.« »Eine Seele muss man auch nicht kaufen, man muss sie geschenkt bekommen.« »Geschenkt wird bei mir nichts«, sagte der reiche Mann und warf die Türe hinter Mummelchen zu. Mummelchen aber wanderte weiter, bis sie wieder ein Haus sah, in dem ein Lichtlein brannte. Das Haus war klein und das Lichtchen war noch kleiner. Es war unwahrscheinlich, dass es ein Stern wäre, der vom Himmel gefallen war. Aber Mummelchen war schon so müde und traurig, und so wollte sie alles versuchen und trat in das Haus ein. Im Hause waren bloß Bücher, ganz schrecklich viele Bücher, dicke und dünne, aber meistens sehr dicke, und unter all den Büchern saß ein gelehrter Mann bei einer trüben Tranlampe und las. »Was willst du hier?«, fragte der gelehrte Mann und betrachtete Mummelchen im Lichte seiner Tranlampe. »Ich bin eine Nixe, und ich suche eine Seele«, sagte Mummelchen. »Es gibt weder Nixen noch Seelen«, sagte der gelehrte Mann. »Ich bin aber eine Nixe«, sagte Mummelchen, und es zuckte trotzig um ihre Lippen. »Ich komme gerade vom Mummelteich, wo die Froschvettern und Unkentant leben, und der Quabbelonkel.« Die Tranlampe begann zu flackern. »Es gibt keine Nixen«, sagte der gelehrte Mann, »also bist du gar nicht da.« Der gelehrte Mann las weiter, die Tranlampe brannte auch weiter, und Mummelchen ging hinaus. Immer weiter wanderte sie und war nun schon sehr müde und traurig geworden. Da erblickte Mummelchen etwas Wunderbares. Sie sah eine große Kirche mit herrlichen Spitzbögen und Türmen, und das Kerzenlicht vom Altar flutete durch die bunten Fenster hinaus in die Nacht. »Das ist der Stern, den ich suche«, dachte Mummelchen, und sie wollte in jubelnder Erwartung in die Kirche eintreten, denn nun musste sie ja sicher eine Seele finden. An der Schwelle aber stand ein Mann in einem schwarzen Gewand und fragte sie nach ihrem Begehren. »Ich bin eine Nixe und suche eine Seele«, sagte Mummelchen, und in ihren Augen leuchtete schon der Widerschein der Kerzen am Altar. »Die Kirche ist nicht für Nixen«, sagte der Mann im schwarzen Gewand und schloss die Tore, dass sie dröhnend zuschlugen. Es war ganz finster, und die Glocken läuteten. Da sank Mummelchen in die Knie und barg das Gesicht in den Händen. Sie war so müde und traurig und hatte keine Hoffnung mehr, eine Seele zu finden, die sie so brennend suchte. Wenn in diesem Hause mit den heiligen Kerzen nicht Gottes Sterne waren und keine Seele zu finden war, dann gab es sicher keine Seele auf der Erde und keinen Stern, der vom Himmel gefallen war. Die Glocken läuteten, und Mummelchen hörte deutlich, dass sie weinten. Aber die Glocken weinten nicht um Mummelchen, sondern um den Pfarrer in der Kirche, und das tun sie schon lange. Dann hörten auch die Glocken auf zu weinen. Der Himmel und die Erde waren dunkel, und es war eine Finsternis, wie sie Mummelchen noch nicht erlebt hatte. Es war die Finsternis, die alle kennen, die den Sternen nachgegangen sind. Wie Mummelchen aber die Hände von den Augen nahm und so hoffnungslos hinaus sei in die große Finsternis, da sah sie ganz nahe ein kleines Engelchen stehen. Die kleinen Engelchen sind nämlich viel näher, als man denkt, man übersieht sie bloß so leicht, weil sie eben sehr klein sind. Das kleine Engelchen hielt ein Laternchen und leuchtete damit einem Dichter, der auf der roten Heide saß und Märchen schrieb. Das ist immer so, denn ein Dichter kann nur dann Märchen schreiben, wenn ein kleines Engelchen mit seiner Laterne dazu leuchtet. Das Laternchen ist kein Stern, dachte Mummelchen, dazu ist es zu klein, aber es ist doch vielleicht das Kind von einem Stern, weil ein Engelchen es in der Hand hat. Da ging Mummelchen auf den Dichter und das Engelchen zu, richtete die großen, traurigen Augen auf sie und sagte, »Ich bin eine Nixe und ich möchte gerne eine Seele haben.« »Weiter nichts?«, fragte der Dichter, fasste Mummelchen um den schlanken Leib und küßte sie auf beide Augen. Das Engelchen aber löschte sein Laternchen aus, denn dazu brauchte es nicht zu leuchten, das wusste es schon. Denn das, was geschah, war auch so ein wirkliches Märchen. Von Gottes Himmel aber fiel ein Stern und setzte sich Mummelchen ins Haar. »Weißt du nun, dass du eine Seele hast?«, fragte sie der Dichter und winkte dem Engelchen, dass es nicht so zugucken solle. »Ja«, sagte Mummelchen, »jetzt habe ich eine Seele, und seit du mir die Augen geküsst hast, sehe ich, dass etwas von meiner Seele in allem ist, was auf der Welt ist.« »Dann hast du eine wirkliche Seele, denn nur, wer eine wirkliche Seele hat, der sieht die Seele in allem.« Es gibt viele Wege, sich eine Seele zu suchen. Einer der hübschesten ist sicherlich der, sich von einem Dichter die Augen küssen zu lassen. Es muss aber schon ein Märchendichter sein, sonst hilft es nichts. Nur sind die Dichter darin ein bisschen einseitig. Sie küssen nämlich nur solche, die so sind wie Mummelchen und nicht wie der Quabbelonkel. Denn die Seelen küsst man nur wach in denen, die sie suchen. Das Engelchen aber hat in dieser Nacht sein Laternchen nicht wieder angezündet. Die gefangenen Seelen Jack Doherty war ein Fischer wie sein Vater und Großvater vor ihm. Wie diese lebte auch er ganz allein mit seiner Frau in seinem Häuschen am Meeresstrande in der Grafschaft Clare. Die Leute wunderten sich, dass die Familie Doherty sich dieses weltentlegene, rings von steilen Felsen umgebene, wogenumrauschte Plätzchen zum Wohnsitz ausgesucht hatten. Aber die Doherty's wussten wohl warum. Dunby Bay war der einzige Ort an der ganzen Küste, wo es sich gut wohnte. Es war eine kleine Bucht, in welcher ein Boot so geschützt liegen konnte, wie ein Vogel in seinem Nest. Und aus dem Hintergrunde streckte sich eine Felsplatte in die See hinaus. Wenn nun, was nicht selten geschah, ein Sturm auf dem Atlantischen Ozean wütete und an der Küste sich starker Westwind erhob, dann zerschellte manch reich beladenes Schiff an diesen Felsen. Und was kam dann nicht alles ans Land? Ganze Ballen mit schöner Baumwolle und Tabak, Fässer, große und kleine, mit Wein, Rum, Kognak und Wacholderbrandwein gefüllt. Kurz, ein Doherty lebte in dieser Bucht wie ein Edelmann auf seinem Gut. Die Doherty's waren freundlich und hilfreich, wenn es einmal einem schiffbrüchigen Matrosen glückte, das Land zu erreichen. Oft zog auch Jack auf seiner kleinen Zille hinaus und half der Mannschaft eines gescheiterten Schiffes an Land. Wenn aber das Schiff zerschellt und die Bemannung ertrunken war, wer möchte Jack tadeln, dass er heimtrog, was er fand? »Und wer wird dadurch auch benachteiligt?« pflegte Jack zu sagen. »Der König, Gott segne ihn, ist doch wahrlich reich genug und braucht nicht noch das, was die See mir beschert.« Trotzdem Jack das Leben eines Einsiedlers führte, war er ein gutherziger, munterer Bursche. Einem anderen wäre es auch schwerlich gelungen, Middy Mahoney zu überreden, das behagliche, schmucke Haus ihres Vaters in der Mitte der Stadt Ennis zu verlassen und fortan so viele Meilen entfernt, mitten unter den Felsen zu leben, wo Robben und Seemöwen ihre einzigen Nachbarn waren. Aber Biddy wusste sehr wohl, dass Jack der richtige Mann war, mit dem eine Frau glücklich und behaglich leben konnte. Denn er versah die meisten Herrenhäuser des umliegenden Landes nicht nur mit Fischen, die in die Bucht geschwemmt wurden. Und sie hatte ihre Wahl, nicht zu bereuen, denn keine Frau aß und trank besser, keine Frau war sonntags in der Kirche besser gekleidet als Frau Doherty. Es war nur natürlich, dass Jack mancherlei seltsame Dinge zu sehen und zu hören bekam, aber er kannte keine Furcht. Ja, es war sogar der sehnlichste Wunsch seines Herzens, einmal mit einem Nix zusammenzutreffen. Jack hatte gehört, dass sie ein menschenfreundliches Volk wären und dass seine Bekanntschaft mit ihnen immer Glück bringe. So oft er in der Ferne auf der Oberfläche des Meeres die Meermännern ihren nebligen Gewändern zu sehen glaubte, da ruderte er spornstreichs auf sie los. Wie oft schallte ihn Biddy in ihrer sanften Weise, wenn er den ganzen Tag draußen auf dem Meere gewesen war, ohne einen Fisch heimzubringen. Wenn Biddy gewusst hätte, auf was für Fang sein Sinn gerichtet war. Jack ärgerte sich oft, dass er nie ein Nix ordentlich zu Gesicht bekam, und sie waren doch an der Küste so häufig wie Hummern. Er ärgerte sich umso mehr, als sein Vater und Großvater sehr oft Nixen gesehen hatten. Ja, er erinnerte sich sogar, als Kind gehört zu haben, dass sein Großvater, der sich als erster der Familie in Dunbebay niedergelassen hatte, mit einem Nix geradezu vertraut gewesen war. Und so lieb war ihm der Nix gewesen, dass er sich nur aus Furcht vor dem Priester davon abhalten ließ, ihn bei einem seiner Kinder Gevatter stehen zu lassen. Endlich schien Jack das Glück holz zu sein und ihm nicht versagen zu wollen, was es seinem Vater und Großvater vor ihm gewährt hatte. Als er nämlich eines Tages, weiter als sonst, die Küste entlang geschlendert war, sah er, gerade als er umkehren wollte, etwas auf einem Felsen hocken, was er nie zuvor gesehen hatte. Der Körper war, so viel er aus der Entfernung sehen konnte, grün, und er hätte schwören können, dass das Ding einen Dreispitz in der Hand hielt. Jack stand eine gute halbe Stunde da und betrachtete es mit gespannter Aufmerksamkeit. Die ganze Zeit über rührte es sich nicht vom Fleck. Endlich war Jacks Geduld zu Ende. Er tat einen lauten Pfiff und einen Ruf, als der Nix, denn ein solcher war es, in die Höhe fuhr, den Dreispitz aufsetzte und kopfüber von den Felsen in die Flucht tauchte. Jacks Neugierde war auf das Höchste gestiegen, und er ging geradewegs auf die Stelle zu, doch es war nichts mehr von dem Nix mit dem Dreispitz zu sehen. Jack dachte so viel darüber nach, dass er sich zuletzt einbildete, er habe alles nur geträumt. An einem sehr stürmischen Tage, als die See haushohe Wellen warf, beschloss Jack, einen Blick auf den Nixenfelsen zu werfen. Sonst war er immer nur an schönen Tagen dort gewesen. Als er hinkam, sah er richtig den Nix. Er schlug Purzelbäume auf dem Felsen, tauchte in die Flut, kam wieder empor und tauchte wieder unter. Von nun ab konnte Jack den Nix sehen, so oft es ihm beliebte. Er brauchte nur einen recht windigen Tag zu wählen. Aber das befriedigte ihn auf Dauer nicht. Wenn man einem einen Finger reicht, ja, der will die ganze Hand. Er wollte die Bekanntschaft des Nixes machen. Und es gelang ihm. Eines Tages ging er wieder zu der Stelle, von wo er einen guten Ausblick auf den Nixenfelsen hatte. Da erhob sich ein so furchtbarer Sturm, dass er in einer Höhle, deren es sehr viele an der Küste gab, Schutz suchen musste. Als er eintrat, sah er zu seiner Verwunderung den Nix dort sitzen. Er hatte einen Fischschwanz, Schuppen auf den Beinen und flossen an den Arm, grünes Haar, lange grüne Zähne, eine rote Nase und Schweinzeuglein. Er trug keine Kleider, hielt den Dreispitz unter dem Arm und schienen ernste Gedanken vertieft. Jack war trotz allen Mutes ein wenig eingeschüchtert, aber jetzt oder nie, dachte er. So ging er denn kühn auf den in Gedanken versunkenen Nix zu, nahm sein Hut ab und machte eine tiefe Verbeugung. »Euer Diener, mein Herr«, sagte Jack. »Der Deine, Jack Daugherty«, erwiderte der Nix. »Wie, euer Gnadenwissen meinen Namen?«, rief Jack aus. »Sollte ich ihn etwa nicht wissen, Jack Daugherty? Ich habe deinen Großvater gekannt, mein Lieber, lange bevor er Judy Regan, deine Großmutter, zur Frau nahm. Ach, Jack, lieber Jack, wie gern habe ich deinen Großvater gehabt. War das ein prächtiger Herr. Nie habe ich vorher oder nachher über oder unter dem Wasser seinesgleichen in der edlen Kunst des Zechens gesehen. »Ich hoffe, mein Junge«, fügte er mit einem lustigen Augenblinzeln hinzu, »ich hoffe, du bist ein würdiger Enkel.« »Es kommt auf einen Versuch an«, sagte Jack. »Nun, es freut mich, dich so wacker sprechen zu hören. Wir müssen besser miteinander bekannt werden, und wäre es nur um deines Großvaters willen. Aber dein Vater, Jack, mit dem war nichts anzufangen.« »Ich kann mir wohl denken«, sagte Jack, »dass ihr manch mächtigen Zug tut, um da unten in der kühlen, nassen Flut euer Blut bei einiger Wärme zu halten. Aber darf ich so frei sein, zu fragen, wo ihr den Stoff hernehmt?« »Wo nimmst du ihn denn her, Jack?« fragte der Nix und zupfte mit Daumen und Zeigefinger an seiner roten Nase. »Hehe, rief Jack, jetzt geht mir ein Licht auf. Ich hoffe nur, euer Gnaden haben unten einen guten, trockenen Keller, wo ihr ihn aufbewahrt.« »Verlass dich auf mich«, sagte der Nix mit schlauem Zwinkern seines linken Auges. »Es verlohnt sich gewiss, sehr den Keller anzusehen«, fuhr Jack fort. »Du hast recht, Jack«, sagte der Nix, »und wenn du mich am folgenden Montag um dieselbe Zeit hier treffen willst, dann werden wir weiter über die Sache sprechen.« Jack und der Nix schieden als die besten Freunde von der Welt. Am folgenden Montag trafen sie wieder zusammen und, zum Erstaunen Jakes, hatte der Nix zwei Dreispitze mit, unter jedem Arm ein. »Darf ich mir die Freiheit nehmen, zu fragen«, sagte Jack, »warum euer Gnaden heute zwei Hüte mithaben?« »Ihr wollt mir doch nicht vielleicht gar einen davon schenken, damit ich ihn der Seltenheit wegen mit nach Hause nehme?« »Nein, Jack«, erwiderte er, »ich komme nicht so leicht zu meinen Hüten, dass ich mich so rasch davon trennen könnte. Aber ich will, dass du mit mir hinunterkommst und mit mir zum Mittag speist, und zu dem Zwecke habe ich dir den Hut mitgebracht.« »Der Herr, bewahre und beschütze uns«, rief Jack erstaunt aus, »ihr wollt doch nicht, dass ich zum Meeresgrund hinunterfahre. Ich würde doch sicher in dem Salzwasser ertrinken. Was würde die arme Biddy anfangen? Was würde sie dazu sagen?« »Ach, was liegt daran, was sie sagt, du Tropf? Wer kehrt sich an ihrem Zetern? Dein Großvater hätte nicht solche Einwendungen gemacht. Wie oft hat er sich diesen selben Hut aufgesetzt und ist mit mir mutig in die Tiefe gefolgt. Wie oft haben wir zusammen gespeist und manche Muschel voll Brandwein dort unten auf dem Grunde des Wassers miteinander geleert.« »Ist das euer Ernst?«, fragte Jack. »Wohlan denn? Hol mich der und jener, wenn ich meinem eigenen Großvater nachstehen will. »Ihr ist meine Hand. Ich gebe mich ganz in eure Gewalt. Es gilt Leben oder Tod.« »Jetzt bist du der Großvater, wie er leibt und lebt«, sagte der alte Meermann. »Komm also und folge meinem Beispiel.« Sie verließen die Höhle, gingen in die Flut hinein und schwammen dann ein Stück, bis sie zu dem Felsen gelangten. Der Nix kletterte auf den Gipfel desselben und Jack folgte ihm. Auf der anderen Seite fiel der Felsen so jäh ab wie eine Mauer, und die See sah so tief aus, dass Jack einiges Zagen empfand. »Nun, Jack«, sagte der Nix, »setze den Hut auf und halte nur ja die Augen ganz offen. Halte dich an meinem Schweif fest und folge mir, dann wirst du was zu sehen bekommen.« Er sprang hinein, und Jack folgte ihm mutig nach. Sie fuhren eine lange Zeit dahin, und Jack glaubte, es würde kein Ende nehmen. Manchmal wünschte er, mit Biddy gemütlich am Kamin zu sitzen. Aber was nützte der Wunsch jetzt, da er sich so viele, viele Meilen unter den Wogen des Atlantischen Ozeans wähnte? Er hielt sich fest an dem Schweif des Meermannes, so schlüpfrig er auch war. Endlich kamen sie aus dem Wasser heraus und waren zum großen Erstaunen Jacks auf trockenem Lande auf dem Grunde der See. Sie landeten vor einem hübschen Haus, das sehr nett mit Austernschalen gedeckt war. Der Nix wendete sich zu Jack um und hieß ihn willkommen. Halb vor Verwunderung, halb außer Atem nach der schnellen Fahrt durch das Wasser war Jack kaum imstande zu sprechen. Er blickte sich um und sah kein lebendes Wesen, außer Krabben und Hummern, die gemächlich auf dem Sande spazieren gingen. Über ihm wölbte sich das Meer wie der Himmel, und die Fische bewegten sich darin wie Vögel in der Luft. Warum so stumm, Jack? fragte der Nix. Du hattest wohl keine Ahnung, dass ich hier unten so ein schmuckes, kleines Anwesen besitze. Bist du erstickt oder ertrunken, oder grämst du dich um Biddy, hä? Oh nein, erwiderte Jack lachend und zeigte seine blanken Zähne. Aber wer in aller Welt hätte sie auf so etwas gedacht? Ach, komm, Jack, wir wollen jetzt sehen, was wir zu essen bekommen. Jack verspürte wirklich großen Hunger, und er war nicht wenig erfreut, als er aus dem Kamin eine Rauchsäule aufsteigen sah, die verriet, was drin vorging. Er folgte demnächst ins Haus und in die schöne Küche. Sie war reichlich mit allem Nötigen ausgestattet. Ein großer Anrichtetisch war da, und eine Menge Pfannen und Töpfe und zwei junge Meermänner kochten. Dann führte ihn sein Wirt in das Zimmer. Das war freilich ziemlich schäbig. Es war weder Tisch noch Stuhl darin, Bretter und Holzblöcke versahen ihre Stelle. Doch brannte ein gutes Feuer im Kamin, und Jack fühlte sich bei dem Anblick desselben ganz behaglich. »Jetzt komm«, sagte der Nix, »ich werde dir zeigen, wo ich die – du weißt schon, was ich meine – aufbewahre.« Und er warf ihm einen schlauen Blick zu. Dann öffnete er eine kleine Türe und führte Jack in einen schönen Keller, der war mit Fässern aller Art von unten bis oben gefüllt. »Was sagst du dazu, Jack Doherty? Glaubst du nun, dass man sich's auch unter dem Wasser behaglich einrichten kann?« »Ich zweifle nicht daran«, erwiderte Jack, und das Wasser lief ihm im Munde zusammen. Als sie in das Zimmer zurückkehrten, war das Essen bereit. Es war freilich kein Tischtuch da, aber es schadete das. Jack hatte auch zu Hause nicht immer eins. Die feinste Familie im Lande hätte sich dieses Mittagessens an einem Festtage nicht zu schämen brauchen. Es gab natürlich die besten Fische, Steinbutt, Stör, Seezunge, Hummer, Austern und viele andere kamen mit den allerbesten ausländischen Schnäpsen zugleich auf den Tisch. Die Weine, sagte der alte Meermann, seien ihm für seinen Magen zu kalt. Jack aß und trank, bis er nicht mehr weiter konnte. Dann ergriff er eine Muschel voll Kognak und sagte, »Auf eure Gesundheit, euer Gnaden!« »Euren Namen weiß ich merkwürdigerweise noch nicht, trotzdem wir doch jetzt schon so lange miteinander bekannt sind.« »Das ist wahr, Jack. Ich habe nie daran gedacht. Aber spät ist besser als gar nichts. Mein Name ist Kumera.« »Was für ein schöner Name!« rief Jack aus und füllte seine Muschel von neuem. »Auf euer Wohl also, Kumera! Mögt ihr euch noch fünfzig Jahre eures Daseins freuen?« »Fünfzig Jahre,« wiederholte Kumera, »ich bin ja wirklich sehr verbunden. Wenn du fünfhundert gesagt hättest, das wäre doch wenigstens der Mühe wert gewesen.« »Auf Ehre!«, rief Jack aus, »ihr reicht ein hohes Alter hier unten. Ihr habt meinen Großvater gekannt. Der ist nun seit sechzig Jahren tot. Es ist wohl ein gesundes Wohnen hier?« »Gewiss, gewiss, Jack. Bediene dich!« Sie leerten eine Muschel nach der anderen, und Jack fand zu seiner ungeheuren Überraschung, dass die Getränke ihm nicht zu Kopfe stießen. Offenbar war die Wasserfläche über ihn die Ursache, dass sie kühle Köpfe behielten. Der alte Kumera fühlte sich immer behaglicher und sang mehrere Lieder. Aber Jack konnte sich nur an den Schluss eines einzigen Liedes erinnern. »Rumpfam-Buddel-Doo, Ripple-Dipple-Ritty-Too, Dum-Doodle-Doodle-Kuh, Riffel-Taffel-Chitty-Boo.« Endlich sagte der Nix zu Jack, »Nun, mein Lieber, werde ich dir meine Sammlung von Merkwürdigkeiten zeigen. Komm mit!« Er öffnete eine kleine Türe und führte Jack in ein großes Zimmer, wo dieser eine Menge Krimskrams sah, den Kumera im Laufe der Jahre gesammelt hatte. Was aber Jacks Aufmerksamkeit am meisten erregte, waren Hummerbüchsen, die auf dem Boden die Wand entlang aufgestellt waren. »Nun, Jack, wie gefallen dir meine Merkwürdigkeiten?« fragte der alte Meermann. »Auf Ehre, nur sehr sehenswert«, sagte Jack, »aber dürfte ich mir die Frage erlauben, was die Hummerbüchsen da bedeuten?« »Ach, du meinst die Seelenkäfige.« »Äh, was, euer Gnaden?« »Die Dinger, in denen ich die Seelen aufbewahre.« »Ihr, was für Seelen denn, euer Gnaden?« fragte Jack, höchlich erstaunt. »Die Fische haben doch keine Seelen?« »Oh nein!« erwiderte Kumera ganz ruhig. »Die nicht, das sind die Seelen von ertrunkenen Matrosen.« »Hö, der Herr beschütze und bewahre uns vor allem Bösen«, murmelte Jack. »Wie in aller Welt seid ihr dazu gekommen?« »Einfach genug. Wenn ich sehe, dass ein tüchtiger Sturm im Anzuge ist, so brauche ich nur zwei Dutzend von diesen Büchsen aufzustellen. Sobald dann die Matrosen ertrunken sind und ihre Seelen herauskommen, so sind die armen Dinger, die doch an die Kälte hier unten nicht gewöhnt sind, fast erfroren. Da suchen sie in meinen Büchsen Schutz, ich sperre sie dann zu und bringe sie hierher ins Trockene.« »Tut es den armen Seelen nicht gut, ein so vortreffliches Quartier zu bekommen?« Jack war so erstaunt, dass er nicht wusste, was er sagen sollte. Er schwieg also. Sie gingen in das Speisezimmer zurück und tranken noch ein wenig von dem ausgezeichneten Kognak. Dann dachte Jack, es sei schon spät und Biddy würde ängstlich werden. Er stand also auf und meinte, es sei nun Zeit, dass er sich auf den Weg mache. »Ja, ganz wie du willst, Jack«, sagte Kumara, »aber nimm noch einen Abschiedstrunk, bevor du gehst, denn du hast eine kalte Reise vor dir.« Jack war viel zu höflich, als dass er den Abschiedstrunk abgelehnt hätte. »Werd ich wohl«, sagte er dann zu dem Meermann, »meinen Weg nach Hause finden?« »Nach, was kann dir geschehen«, erwiderte sein Wirt, »wenn ich ihn dir zeige.« Sie gingen hinaus, und Kumara setzte Jack einen Dreispitz auf, aber verkehrt. Dann hob er ihn auf seine Schulter, um ihn von Stapel zu lassen. »So«, sagte er und gab ihm einen tüchtigen Schub, »du wirst genau an derselben Stelle hinauskommen, von der wir hereingekommen sind. Vergiss nur ja nicht, Jack, mir den Hut wieder herunterzuwerfen.« Damit schoss er Jack wie eine Blase in die Höhe, so, 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 bis er zu dem Felsen kam, von welchem er hinabgesprungen war. Dann war für den Dreispitz ins Meer. Der sank unter wie ein Stein. Es war ein schöner Sommertag. Die Sonne ging gerade unter. Einsam funkelte ein Stern an dem wolkenlosen Firmament, die Wogen des Atlantischen Ozeans erstrahlten im Meer in einem goldigen Licht. Als Jack sah, dass es schon so spät war, machte er sich auf den Heimweg. Doch sagte er Biddy kein Wort davon, wo er den Tag zugebracht hatte. Jack musste viel an die armen Seelen denken, die in den Hummerbüchsen eingesperrt waren, und der Gedanke, wie er sie erlösen könnte, beschäftigte ihn unausgesetzt. Anfangs wollte er mit dem Pfarrer über die Sache sprechen, aber was hätte der tun können, und was kümmerte sich der Nix um den Pfarrer? Kumara war übrigens ein guter Kerl und wusste nicht, dass er etwas Unrechtes tat. Überdies hätte sich Jack selbst damit geschadet, wenn man erfahren hätte, dass er mit Meermännern zum Mittag speiste. Er fasste also den Plan, Kumara zum Mittagessen einzuladen und alles aufzubieten, damit er sich einen Rausch antrinkte. Dann wollte er den Dreispitz nehmen, in die Tiefe tauchen und die Seelen aus den Hummerbüchsen befreien. In allererster Reihe war es nötig, Biddy fernzuhalten, denn Jack war klug genug, seine Absicht zu verbergen. Jack wurde also mit einem Male sehr fromm und sagte Biddy, es wäre wohl beider Seelen heil zuträglich, wenn sie zum Johannesbrunn in der Nähe von Ennis eine kleine Wallfahrt unternehme. Biddy war derselben Ansicht, und so machte sie sich denn an einem schönen Morgen bei Tagesanbruch auf den Weg, nachdem sie Jack noch strenger aufgetragen hatte, das Haus zu hüten. Als die Luft rein war, ging Jack zu dem Felsen hinüber und gab Kumara das verabredete Zeichen, das heißt, er warf einen großen Stein in das Wasser. Sofort tauchte der Nix empor. »Guten Morgen, Jack«, sagte er, »was willst du von mir?« »Es ist nicht der Rede wert, euer Gnaden«, erwiderte Jack, »ich nehme mir nur die Freiheit, euch zum Mittagessen einzuladen.« »Ich komme sehr gern, Jack. Um welche Stunde speisest du?« »Wie es euch am besten passt, euer Gnaden, vielleicht um ein Uhr, damit ihr noch bei Tageslicht nach Hause könnt?« »Gut, ich komme. Du kannst bestimmt auf mich rechnen.« Jack ging nach Hause und richtete ein feines Mittagessen her. Dann brachte er Kognak in solcher Menge, dass sich zwanzig Männer daran hätten betrinken können. Zur Minute kam Kumara, seinen Dreispitz unter dem Arm. Das Mittagessen war bereit, sie setzten sich zu Tische und aßen und tranken wacker drauf los. Jack gedachte der armen Seelen unten in den Hummerbüchsen und tat Kumara beim Kognak tüchtig Bescheid. Er spornte ihn auch an zu singen, weil er ihn so unter den Tisch zu bringen hoffte. Aber er vergaß, dass sie nicht die See über ihren Köpfen hatten. Kumara taumelte nach Hause, während Jack stumm wie ein Stockfisch am Karfreitag unter dem Tische lag. Er wachte erst am folgenden Morgen, und da befand er sich in einem traurigen Zustande. »Es ist vergebens«, sagte Jack, »so ist dem alten Zecher nicht beizukommen. Wie in aller Welt kann ich den armen Seelen aus den Hummerbüchsen helfen?« Nachdem er fast den ganzen Tag darüber nachgedacht hatte, kam ihm plötzlich ein Gedanke. »Ich hab's«, rief er und schlug sich in seiner Freude aufs Knie. »Ich hab's. »Ich möchte darauf schwören, dass er, so alt er auch ist, noch nie einen Tropfen echten Bergtauses gesehen hat. Der wird seine Wirkung nicht verfehlen. Wie gut, dass Biddy noch zwei Tage fortbleibt. Da kann ich es ein zweites Mal mit ihm versuchen.« Er lud denix wieder ein, und der lachte ihn aus, dass er so wenig vertrug, und er sagte ihm, dass er seinen Großvater nie erreichen würde. »Versucht es nur noch einmal«, erwiderte Jack, »und ich bürge euch dafür, dass ich euch unter den Tisch trinke.« »Ich tue dir gern einen Gefallen, wenn es in meiner Macht steht«, sagte Kumara. Diesmal wässerte Jack seinen eigenen Kognak tüchtig, dem Meermann aber gab er den stärksten Kognak, den er besaß. Endlich sagte er, »Mich bitte euer Gnaden, habt ihr jemals einen echten Bergtau getrunken?« »Nein«, antwortete der Nix, »was ist das und woher kommt es?« »Oh, das ist ein Geheimnis«, sagte Jack, »aber es ist der rechte Stoff. Wenn er nicht fünfzig Mal besser ist als Kognak oder Rum, so könnt ihr mich einen Lügner schimpfen. Biddys Bruder hat mir gerade für ein Festchen Kognak ein wenig davon geschickt, und da ihr ein alter Freund meiner Familie seid, so habe ich ihn aufgehoben, um euch damit aufzuwarten.« »Na, lass mal sehen, was es ist«, sagte Kumara. Der Whisky, den Jack seinem Gaste einschenkte, war ganz ausgezeichnet, und Kumara war entzückt. Er trank und trank und sang und lachte und tanzte, bis er auf den Boden fiel. Bald war er fest eingeschlafen. Da griff Jack, der ganz nüchtern geblieben war, nach dem Dreispitz, rannte zum Felsen, sprang hinein und erreichte bald Kumaras Haus. Alles war so still wie ein Kirchhof um Mitternacht. Kein Nix, weder alt noch jung war zu sehen. Er ging hinein und stürzte die Hummerbüchsen um, aber er sah nichts. Nur ein leises Pfeifen und Zirpen ward hörbar, als er die Büchsen in die Höhe hob. Er war überrascht, doch er erinnerte sich, dass die Pfarrer oft gesagt hatten, »kein lebendes Wesen könne die Seelen sehen, gerade so wenig wie den Wind oder die Luft.« Nachdem er nun alles für sie getan hatte, was in seiner Macht stand, setzte er die Hummerbüchsen wieder so hin, wie er sie gefunden hatte, und dann sprach ein Gebet für die armen Seelen. Nun dachte Jack an den Rückweg. Er setzte sich den Hut verkehrt auf, wie es sich gehörte. Aber als er draußen war, fand er, dass das Wasser so hoch über seinem Kopfe stand, dass er keine Hoffnung hatte, je hineinzugelangen, denn nun war Kummerer nicht da, um ihn, wie sonst, auf seine Schulter zu heben. Er schaute sich überall nach einer Leiter um, konnte aber keine finden, und es war auch weit und breit, kein Felsen zu sehen. Endlich kam es ihm vor, dass die See an einer Stelle tiefer herabhinge als überall sonst. Er entschloss sich also, dort einen Versuch zu machen. Gerade als er hinkam, sei er den Schweif eines großen Stockfisches vor sich. Da sprang er in die Höhe und ergriff den Schweif, und der erstaunte Stockfisch schnellte empor und zog Jack mit hinauf. In dem Augenblicke, da der Dreispitz das Wasser berührte, schoss Jack auch schon wie ein Kork in die Höhe. In kurzer Zeit erreichte er den Felsen und eilte, ohne sich einen Augenblick aufzuhalten, nach Hause, hoch erfreut über das fromme Werk, das er vollbracht hatte. Inzwischen ging es zu Hause schön zu, denn kaum hatte Jack das Haus verlassen, um sich den Seelen zu begeben, als Biddy von der Wallfahrt heimkam. Als sie in das Haus eintrat, sah sie auf dem Tische alles durcheinander liegen. »Das ist eine nette Geschichte«, sagte sie, »der Lump! Ich Unglückliche! Während ich für seinen Seelenheilbete, hat er sich irgendeinen Vagabunden aufgelesen und mit ihm zusammen den ganzen Bergtau, den ihm mein Bruder geschenkt hat, und alle Schnäpse, die er an die Edelleute verkaufen sollte, ausgetrunken.« Da hörte sie ein seltsames Grunzen. Sie blickte zu Boden, und da sah sie den Nix unterm Tisch liegen. »Heilige Jungfrau, beschütze mich«, rief sie aus, »er liegt da wie ein Tier. Ja, das Trinken, das macht den Menschen zum Tiere. Oh weh, oh weh, Jack! Liebster Schatz, was soll ich mit dir anfangen? Oder vielmehr, was soll ich ohne dich anfangen?« Unter solchen Klagen ging Biddy hinaus. Sie wusste selbst nicht, wohin, als sie plötzlich die wohlbekannte Stimme Jacks hörte, die ein lustiges Lied sang. Wie froh war Biddy, ihn frisch und gesund wiederzusehen, und nicht in ein Tier verwandelt, das weder Fisch noch Fleisch war. Jack musste ihr nun alles erzählen, und obwohl Biddy ihm eigentlich böse sein wollte, weil er nicht schon früher alles gestanden hatte, so musste sie doch zugeben, dass er den armen Seelen einen großen Dienst erwiesen hatte. Hand in Hand kehrten sie versöhnt ins Haus zurück. Jack weckte Kumara auf. Als er sah, dass der Nix ein wenig missgestimmt war, bat er ihn, sich nichts daraus zu machen, denn das sei schon so manchem braven Manne passiert. Er sagte ihm ferner, das käme nur daher, dass er an den Bergtau nicht gewöhnt sei, und empfahl ihm, das Gift durch Gegengift zu vertreiben. Aber der Meermann schien der Meinung, dass er genug getrunken hatte. Übel gelaunt stand er auf. Er besaß nicht einmal so viel Lebensart, Jack ein höfliches Wort zu erwidern, sondern schlich sich davon, um sich durch einen Sprung in das Salzwasser abzukühlen. Der Nix erfuhr niemals, dass die Seelen nicht mehr in seinem Besitze waren. Er und Jack waren weiter die besten Freunde von der Welt. Was aber die Befreiung der Seelen aus ewiger Verdammnis betrifft, so hat es darin noch kein Mensch Jack je gleich getan. Er fand immer neue Ausflüchte, um ohne Wissen Kumaras in dessen Haus zu gelangen. Dann wendete er die Hummerbüchsen um und ließ die Seelen entfliehen. Nur eines ärgerte ihn, dass er sie niemals sehen konnte. Aber da er wusste, dass das unmöglich war, so musste er sich endlich zufriedengeben. Sein Verkehr mit dem Meermann dauerte noch einige Jahre. Eines Morgens aber, als Jack wie gewöhnlich einen Stein ins Wasser warf, bekam er keine Antwort. Er warf einen Stein nach dem anderen hinein, aber keine Antwort folgte. Er ging fort und kam am nächsten Morgen wieder, aber es half nichts. Da er keinen Dreispitz hatte, so konnte er nicht nachsehen, was aus dem alten Kumara geworden war. Vermutlich war der Alte mittlerweile gestorben oder in eine andere Gegend gezogen. Das waren einige der schönsten Märchen und Geschichten mit Wassernixen. Wenn sie dir gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst und du vielleicht das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt... Schlaf gut! 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 Schlaf gut!